Ja, hallo Freunde, großes D, kleines A, großes S, 1, 9, 7, 6, sagt Hallo. Und ja, ihr seht, das hier ist eine Videoaufzeichnung von meinem Twitch-Stream über God of War. Und ja, ich habe mir gedacht, ich möchte euch, meine lieben Fans, meine Freunde, auch ein bisschen davon zeigen, so als Unterhaltung. Schaut euch das an und ja, wäre schön, wenn ihr ein bisschen dazu kommentiert oder auch mir ein paar Tipps gebt oder wie auch immer. Ja, der alte Sack in God of War, geniales Game, macht voll Spaß. Schaut zu, habt Spaß, ist interessant, genau. Also, wollen wir mal starten. und drei, zwei, eins, jetzt. Auf zur Runde 7, 8, 9, 500, keine Ahnung. Ja. Eingriff. Ja, du bist gleich wieder tot. Und jetzt lauf, 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 schneller. Das verstehe ich nicht. Alter, wie geht das? Oh, komm. Halt! Oha! Aua! Also, ich bin immer noch Gott genug, um ihn besiegt zu haben. Wir haben es geschafft! Wie, du hast ja nichts gemacht, du Hans Wurst, du hast mich komplett alleine kämpfen lassen. Aber seit Jahrhunderten hat niemand mehr einen Drachen getötet. Nicht seit der Keulung der Lindwürmer. Und ihr habt ihn getötet, und zwar für mich. Du irrst dich. Der Drache kam uns in die Quere, mehr nicht. Streit es ruhig ab. Aber ich bin gerettet. Und das verdient eine Belohnung. Ja. Her damit. Was ist das? Geflochtene Mistelpfeile, gerade als Haendal, perfekt austariert. Oh. Danke. Oh. Naja. Warte. Äh, ist es nicht... Ähm... Habt ihr meinen Bruder gesehen? Ja. Er sagt, du hast kein Talent. Oh. Und dass ich schrullig bin. Nein. Bestimmt. Dass ich das Aussehen einer Waffe. Nein. Den Zweck vorziehe. Dass ich hochnässig bin. Nein. Und verklemmt. Kleinlich. Ich weiß, was er denkt. Aber er kann mir nicht mehr. Verbrann das. Ich hab keine Zeit für sowas. Nein. Nein. Warte. 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 Ich hab ne bessere Idee. Was? Ich brauche einen Zahn von dem Drachen. Ja. Sollst du bekommen. Fass sie nicht genau. Oh. Egal. So unrein. So schrecklich unrein. Oh. Wie das stinkt. Perfekt. Das sollte reichen. Oh. Ja. Den fass ich nicht an. Halt. Oh. Hm. Hm. So. Jetzt fahr damit die Sehne des Bogens entlang. Tu's einfach. Atreus. Dein Bogen. Zwei Mal sollte rein. Ah. Schön. Sachte. Ah. Sehr schön. Geht doch. Oh. Oh. Jetzt sei beeindruckt. Ähm. Wie erklärt euch das? Ich habe das Schwingungsmuster der Bogensehne verändert. Wenn du auf das erstarrte Weltenbaumharz zielst, führt die Schwingung zum Bruch. Oh. Du hast es direkt rausgefunden. Karput. Ist ja nicht so, als wollte ich gerade die komplexe Kunstfertigkeit meines Berufs erklären. Nein. Nicht doch. So lange es dir hilft. Ja. Oh. Ablenkung kommt gerade recht. Pff. 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 Ach so. Verbessern. Pff. Bye. Ach ja. Hm. Hopp. Ah, ok. Hm. Aber nee, erstmal kaufen wir keinen. Und was kann ich für dich tun? Ja, so soll es auch sein. Also noch etwas für dich? Nicht, dass ich wieder so einen Ausraster kriege wie gerade. Der war eigentlich komplett unnötig. Aber ihr habt gesehen, auch ein alter Mann wie ich kann sich in ein Spiel vertiefen. Und ja, auch dann kann er ab und zu mal die Haltung verlieren. Hm. Aber gut. Wir haben das komische Viech da abgemurkst. Kann man da noch was machen? Nein, kann man nicht. Schade. Na gut. Weiter geht's. Äh. Kommt mir so vor, als hätten wir erst gestern Hirsche gejagt. Ja. Jetzt haben wir gegen Dunkelalben gekämpft, Trolle, Urga und einen Drachen. Jetzt könnten wir es mit allem aufnehmen. Wir siegen, weil wir entschlossen sind. Diszipliniert. Nicht, weil wir uns anderen überlegen fühlen. Richtig. Klar, ich weiß. Es ist nur, stark zu sein fühlt sich gut an. Weißt du? Ja, ich weiß. Oh, ich hab dir den Lägetan gemacht. So. Was gibt's denn da? Oder auch nicht. Ja. Oh, das gefällt mir. Aber seltsam. Er ist nicht komplett explodiert. Ich habe auf den Kristall geschossen, aber er leuchtet schon wieder. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Schau! Schau! Moment. Ah, okay. Achso, Freiland. Don't stop! You're not going! Escape! Escape! direkt mit dem kopf komm her wo bist du denn das hat echt gedauert ach toll ja 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 Nein! Ah, nicht aufgepasst. Da hab ich mal wieder nicht aufgepasst, aber okay, ja, mhm, 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 so ist das manchmal. Oh, lulululululul... Sei bereit! Bitte? Okay, das heißt doch, also die irgendwo hinwerfen müssen, aber wo ist die Frage? Oh, doch nicht. Steckt auf der anderen Seite fest. Es ist so toll, damit Dinge zu zerschmettern. Jetzt siehst du. Eine versiegelte Truhe! Jaaa. Oh ja. Wollen wir mal das ganze Geld hier nicht rumlegen lassen, ne? Hm. Na komm, kleiner Mats. Weiter geht's. Oh, ein riesiges Viech, du. So. Sonst einer? Nein? Na gut. Die... So. Ähm. Nein, da sollst du nicht hin. Ja, die sollst du mitnehmen. Komm. Ja, die sollst du nicht hin. Ja, die sollst du nicht hin. Ja, die sollst du nicht hin. Ja. Ja. Ja, das muss ich mal lesen. Mach das. Wenn du lesen kannst. Ja. Ja. Meine Lieben, wir machen mal eben ein kurzes kleines Päuschen. Hm. Denn auch ihr... Auch ihr wisst, jeder Hippie muss mal Pipi. Also von daher bin ich... Gleich. Sieh dir das mal an. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Sebastian, hallo. Genau. Ja, genau. Hi. Also, ich bin doch, äh, immer noch ein kleines Päuschen machen. Eben ein bisschen was so zwischendurch futtern hier. Das wäre ja gar nicht mehr so verkehrt, ne? Mahlzeit. Aber, wir sind nach wie vor in God of War. Und da geht's auch gleich weiter. Seht ihr? Nur, ich muss eben einen kleinen Happen essen. Ich hab mich vorhin bei dem Kampf mit dem, äh, Drachen unheimlich aufgeregt. Lustig mit anzusehen, aber für mich war das nicht so ganz lustig. Aber ich hab den Drachen trotzdem besiegt. Jawohl. Ja, mein Kleiner, was soll ich mir denn ansehen? Idiot. So macht man das. Nein. Ah ja. Oh. Kannst loslassen. Du, 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 du. Aha. Äh, okay. Okay. Nein. Oh, freak. Hey, mach's auch. Hm-hm-hm-hm-hm. Noch einer! Da! Wie ist das denn von mir? Wie ist die denn mit mir? So! Junge, 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 Junge. Flippt der da voll aus? Ich glaube es ja wohl. So, und? Das war es, oder wie? Ja, viel Spaß beim Einkaufen, Bums, Bums. Hahaha. Ja, ich esse noch so zwischendurch ein bisschen was. Weil, ähm, Leute, wir sind schon jetzt eine Stunde am Streamen. Und, äh, der alte Mann muss zwischendurch mal was essen, ja. Aber, erst mal, schön, dass ihr da seid. Freut mich. Ja. Lu, 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 lu. Ähm, okay. Achso, ja. Also, aber, äh. Ähm, und jetzt? Ja, jetzt. Hä? Ah, guck mal da, was sich da versteckt hat. Attacke! Ja, jetzt müssen wir nur noch den dritten finden. Du, 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 du. Wer weiß, wo der ist? Es wird kälter. Ja. Ja. Ne, du musst doch noch erst hier... Irgendwo ist noch so ne Rune. Irgendwo muss noch eine von den Ronen sein. Die Frage ist nur wo. Das ist immer so, ne? Da sucht man und sucht man und findet nix. Und später, wenn man nicht mehr sucht, dann läuft man drüber. Aha. Ja. Nun gut. Ähm. Ähm. Ach so, Moment mal. Ja. Vielleicht. Sollte ich den da nochmal hoch bemühen. Und den nochmal einfrieren. Loslassen. Vielleicht sehe ich dann von da oben die Rune. Hoch da. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Und ich hoffe, ähm, ihr schaut rein, wenn ich wieder in God of War gehe. Und ja. Also mir hat es bis hierhin Spaß gemacht. Und ja, würde mich interessieren, ob ihr da auch Bock drauf habt, dass ich davon ein bisschen mehr zeige von God of War. Oder ob ihr lieber was anderes sehen wollt. Oder ob ihr lieber was anderes sehen wollt. Also, ähm, meldet euch. Sagt mal Bescheid. Und, äh, ja, dann schauen wir weiter. Also bis dahin erstmal. Großes D, kleines A, großes S. 1, 9, 7, 6, sagt bis bald und vielen Dank für eure Treue. 6, 4, 13, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9.